Die Chance, wenn du in eine Lawine kommst, ist 1 zu 6, dass du überlebst. Also wir sind bei Russisch Roulette. In kritischen Situationen, also lebensgefährlichen Situationen, kann es mal die Zeit sein, die er eigentlich der grösste Feind ist. Wenn man das Vertrauen nicht hat in sich selbst, dass man diese Arbeit sicher ausführen kann, ist man am falschen Ort. Die Natur, die Berge, das ist viel grösser als wir. Um so einen Beruf wirklich auszuüben, man muss die Gefahren und die Kälte und den Wind und alles eigentlich respektieren. Das ist eine Herausforderung, die vielleicht nicht jeder machen kann. Das sind alles Puzzleteile. Einer alleine kann da nicht viel machen. Einer alleine kann da nicht viel machen. Das ist vieles als ich mit einer Lümmelung.